so dass wir auch bei der nächsten aufgabe nämlich fliege zwei sekunden durch die luft mit einem fahrzeug oder so ähnlich das ganze kann ich genau sagen weil die aufgabe halt entliegt werden muss erst so so wird ich das ganze machen kein turbo also nehmen wir das fahrzeug schon mal nicht wie ihr seht ich habe aber hier mein lambo noch vorbereitet damit sollte das eigentlich ganz easy gehen ihr geht am besten würde ich sagen in den lambo aufrüsten mit geländereifen dann hier oben hinter mir auf den berg darunter springen oder aber ihr geht hin baut euch mit zwei rampe eine zweifache rampe macht euch aber die geländereifen drauf einmal turbo zünden und dann würde ich sagen das dürfte eigentlich schon reichen müsste funktionieren wenn nicht dann natürlich gerne hier drunter schreiben dann gucke ich mir das ganze an ich muss die aufgabe selber auch machen und ich hoffe ich konnte euch trotzdem irgendwie weiterhelfen und in dem sinne würde ich sagen euch noch viel spaß beim leveln und haut rein